Bangkok ist seit 1782 die Hauptstadt des Königreichs Thailand. Sie hat einen Sonderverwaltungsstatus und wird von einem Gouverneur regiert. Die Hauptstadt hat 8,249 Millionen Einwohner und ist die mit Abstand größte Stadt des Landes. In der Bangkok-Metropolitan-Region, der größten Metropolregion in Thailand, leben insgesamt 14,566 Millionen Menschen. Die Stadt ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Thailands mit Universitäten, Hochschulen, Palästen und über 400 Watt sowie wichtigster Verkehrsknotenpunkt des Landes. Das Nationalmuseum in Bangkok ist das größte seiner Art in Südostasien. In Bangkok ist auch die Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik beheimatet. Mit mehr als 17 Millionen ausländischen Touristen war Bangkok im Jahr 2013 die meistbesuchte Stadt der Welt. Bevor sie 2014 wieder von London abgelöst wurde und seither auf Platz 2 rangiert, die Zeit zu UTC beträgt plus sieben Stunden. Der Zeitunterschied zu Mitteleuropa beträgt plus sechs Stunden im Winter und plus fünf Stunden im Sommer, da es in Thailand keine Sommerzeit gibt. Name der Stadt Der zeremonielle Name der Stadt Bangkok in Thai lautet in transkribierter Form Es ist die alte Thai-Bezeichnung der thailändischen Hauptstadt Bangkok und mit 168 lateinischen Buchstaben der längste Ortsname einer Hauptstadt. Weltweit In thailändischer Schrift lautet der Name Derwas sind in der hinduistischen Mythologie eine Kategorie von 33 göttlichen Wesen, die gemeinsam mit dem Gott Indra den Himmel auf der Spitze des Bergs Meru bewohnen. Weil die Dewas als geflügelte Wesen dargestellt werden, wird Krungteb in westlichen Texten oft mit Stadt der Engel übersetzt. Bevor der Ort im Jahr 1782 zur Hauptstadt erhoben wurde, war sein Name schlicht Bangkok. Bangkok bezeichnet einen Ort an einer Wasserstraße, Kok leitet sich möglicherweise von Makuk ab. Der thailändischen Bezeichnung für die Früchte von Spondias Pinata oder Eleokarpus Hygrophilus. Anderen Theorien zufolge kommt es von Koh Insel oder Kok Hügel. Dieser Name tauchte in Europa zum ersten Mal auf einer portugiesischen Landkarte von 1511 auf. Auch nachdem sie zur Hauptstadt ausgebaut war und einen ihrer Bedeutung als royales, religiöses und kosmologisches Zentrum des Reichs entsprechenden viel klangvolleren Namen bekommen hatte, wurde die Stadt in den europäischen Sprachen weiterhin als Bangkok bezeichnet. Thailänder verwenden dagegen gewöhnlich die Kurzform Krungteb. Die offizielle Bezeichnung, beispielsweise auf Autokennzeichen, lautet Krungteb Mahanakon. Im Jahre 1989 vertonte die thailändische Rockgruppe Asa Nevasan in ihrem Album Fakton den Song Krungteb Mahanakon, dessen Text ausschließlich aus dem vollständigen Zeremoniell-Namen Bangkoks besteht. Viele Thailänder nutzen seitdem dieses Lied, um sich den langen Namen besser merken zu können. Siegel und Wahlspruch Das Siegel von Bangkok zeigt die Gottheit Indra auf Heravan, dem mythologischen Elefanten, der in einigen Abbildungen auch drei Köpfe haben kann. In seiner Hand hält Indra einen Blitz. Das Siegel basiert auf einer Zeichnung des Prinzen Nari-Sara Niu-Etivon. Der Wahlspruch von Bangkok lautet Geografie Geografische Lage Die Stadt liegt an der Nahtstelle der indochinesischen und der malayischen Halbinsel am Manam Kao Freya und nördlich des Golfs von Thailand durchschnittlich fünf Metern über dem Meeresspiegel. Der Kao Freya hat eine Breite von etwa 400 Metern. Das westlich des Kao Freya gelegener Gebiet wird Thonbury genannt und war bis 1971 eine eigenständige Stadt. Während der östlich gelegene Teil vor mehr als 200 Jahren nur ein kleines Dorf war, hauptsächlich bewohnt von chinesischen Händlern. Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 1565,2 Quadratkilometern, die gesamte Metropolregion eine Bodenfläche von 7761,5 Quadratkilometern. Für Bangkok ist die folgende Landnutzung dokumentiert. Stadtgliederung Bangkok ist unterteilt in 50 Distrikte und diese sind weiter in 169 kh Weng, den Tambon, vergleichbar eingeteilt. Es folgen die Kids in deutscher Transkription und in thailändisch. Bangkok hat weder eine klar definierte Innenstadt noch einen zentralen Geschäftsbezirk. Diese Funktion ist vielmehr auf mehrere Bezirke verteilt. Der älteste Teil der Stadt ist die Ratanakosin-Insel im Bezirk Faenakon um den großen Palast Sanam Luang, Wat Red Shabofite und Cao Qing C.H.A. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dann das Chinesenviertel um die Yao Werit und die Charönkrum-Straße im Bezirk. Sempfen Tavon zum zentralen Geschäftsviertel der Stadt. In den 1950er und 1960er Jahren siedelten sich dann Banken und Großkanzleien entlang der Silom, Surawong und Sifraja Straße im Bezirk Bangrak an. Seit den 1990er Jahren sind im Bezirk Saturn und entlang der Vitaju Straße vorwiegend teure Bürohochhäuser und entlang der Ramay und Flönchitzstraße große Einkaufszentren und Luxushotels entstanden. Durch die Einrichtung der beiden Massenverkehrssysteme Skytrain und Tuban hat sich die Ausbreitung der Gebiete mit zentraler Geschäftsfunktion noch verstärkt. Attraktiv sind jetzt fast alle Gebiete, die mit einem der beiden Verkehrsmittel erreichbar sind. Das gilt insbesondere für das Gebiet um die Sukhamvit-Straße und den mittleren Abschnitt der Red Shadafi-Sech-Straße. Klima Bangkok befindet sich in der tropischen Klimazone. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 28,4 Grad Celsius, die jährliche Niederschlagsmenge 1.498 mm im Mittel. Hauptregenzeit ist während des Monsoons zwischen Mai und Oktober. In einzelnen Stadtgebieten muss besonders im September und Oktober mit Überschwemmungen gerechnet werden. Der meiste Niederschlag fällt im September mit 344 mm im Mittel, der wenigste im Januar mit durchschnittlich 9 mm. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen das ganze Jahr über zwischen 26,1 Grad Celsius und 30,4 Grad Celsius. Die mittlere Tagestemperatur beträgt maximal 34,9 Grad Celsius, minimal 20,8 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit. Laut der World Meteorological Organization ist Bangkok damit im Jahresdurchschnitt die heißeste Stadt der Welt. Wärmster Monat ist der April mit maximal 35 Grad Celsius und minimal 26 Grad Celsius mittlere Tagestemperatur. Der kälteste Monat ist in der Gegend um Bangkok der Dezember mit maximal 31 Grad Celsius und minimal 21 Grad Celsius Tagesmitteltemperatur. Die Trockenzeit geht von Dezember bis März. März und April sind die heißesten Monate in Bangkok. Umweltprobleme Bangkok hat mit erheblichen Umweltproblemen zu kämpfen. Eine dichte Wolke aus Abgasen liegt permanent über der Stadt. Experten haben festgestellt, dass in den Hauptverkehrsstraßen die Luftverschmutzung bereits gesundheitsschädliche Werte erreicht hat. Seit dem Bau der Hochhäuser ist die Ventilation der Straßen nicht mehr gewährleistet, sodass die Konzentration der Giftstoffe dramatisch ansteigt. Über Bronchitis, Asthma oder Erschöpfung klagt bereits jeder siebte Bewohner. Besonders Belastete wie Motorrad, Booten, TUK, TUK-Fahrer, Verkehrspolizisten und Straßenhändler tragen häufig Atemschutzmasken. Probleme bereitet Bangkok auch die Wasserversorgung. So besitzt die Stadt kein zentrales Wasserversorgungsnetz. Auch der Aufbau eines Abwassersystems steht erst am Anfang. Bis in die 1990er Jahre leiteten die Industrie und private Haushalte das Abwasserzentral ohne jegliche Säuberung in den Männam-Kau-Freier. Die Abfälle verschmutzen die Luft und vergiften häufig jegliches Leben in den Gewässern. Zahlreiche Fabriken in der Metropolregion, darunter auch in vielen Wohngebieten, dürfen eigene Brunnen zur geregelten Wasserversorgung errichten. Was zu einem kontinuierlichen Absinken des Grundwasserspiegels beiträgt Geschichte. Ursprung Bangkok bildete ursprünglich nur ein kleines Fischerdorf am östlichen Ufer des Kau-Freier. Im Jahr 1511 wurde es zum ersten Mal auf einer portugiesischen Landkarte verzeichnet. Um 1680 gab es südlich des Dorfes nur drei bewohnte Plätze. Ein Zollhaus, die von den Holländern 1622 angelegte Faktorei namens Fort Amsterdam sowie den Ortbahn VAT. Noch während der geschichtlichen Epoche des Königreichs Ayutthaya entwickelte sich der Ort zu einem ansehnlichen Handelshafen und bedeutenden Haltepunkt an der Wasserroute zur Hauptstadt. Der Ursprung des heutigen Bangkok liegt in der Kleinstadt Thonbury, heute Teil der Hauptstadt am westlichen Ufer des Kau-Praya. General Thaksin machte Thonbury im Jahr 1772, nachdem die Hauptstadt des Königreiches Ayutthaya 1767 im Krieg mit Birma weitgehend zerstört worden war, zur neuen Hauptstadt. Zehn Jahre später verlegte der neue König Rama I. Begründer der bis heute regierenden Chakri-Dynastie den Regierungssitz auf das östliche Ufer und begann damit das Gebiet namens Ratana-Kosin. Mit dem damals vor allem von Chinesen bewohnten Dorf Bangkok, nach dem Vorbild der früheren Residenzstadt zur Hauptstadt auszubauen. Der offizielle Name der Stadt lautet seit damals in der Kurzform Krungteb. Das ist jedoch nur eine Kurzform des vollständigen Namens des weltweit längsten Städtenamens. Westliche Händler und Reisende verwendeten stattdessen den Namen des Dorfes Bangkok, woraus die heute international bekannte Bezeichnung wurde. Die Stadt der Kanäle Ratana-Kosin wurde durch einen Kanal, den K.H. Longlot, zu einer künstlichen Insel in einer Biegung des Kao Freya in deren Zentrum der neue Königspalast und der königliche Tempel, der Wat Freikyo mit dem Smaragd-Buddha, dem Nationalheiligtum Thailands, errichtet wurden. In jener Zeit war die ganze Stadt von einem dichten Netz von Kanälen durchzogen. Der Verkehr spielte sich zum Großteil auf diesen Clons ab. Selbst die Märkte fanden auf dem Wasser statt. Straßen gab es kaum. Damals wurde Bangkok auch manchmal als das Venedig des Ostens bezeichnet. Die meisten Clons wurden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nacheinander zugeschüttet, um Raum für den städtig zunehmenden Straßenverkehr und die wachsende Stadt zu schaffen. 1863 wurde die erste gepflasterte Straße der Stadt Sennenscharön-Krung anstelle eines früheren Elefanten-Trempelplatz fertiggestellt. Während der Regentschaft Königsschule Longkorn entstanden eine Eisenbahnlinie, die Bangkok mit dem Norden des Landes verbannt. Straßenbahnlinien für den innerstädtischen Verkehr Eine große Anzahl neuer Straßen und die Mehrzahl der oft von europäischen Stilen beeinflussten Regierungsgebäude. Das moderne Bangkok zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs die Stadt über ihre früheren Grenzen hinaus nach Norden und Osten. Einen weiteren Wachstumsschub, insbesondere für die westlich des Flusses gelegenen Stadtteile, bedeutete die Einweihung der ersten Brücke. Der Memorial Bridge Über den Kaopaya im Jahr 1932 Während des Zweiten Weltkrieges war Bangkok für einige Jahre von japanischen Streitkräften besetzt und wurde ab 1944 von den Alliierten bombardiert. Nach dem Ende des Krieges erholte sich die Stadt aber rasch und wuchs beständig weiter. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die meisten Clons bereits zugeschüttet und durch Boulevards und Straßen ersetzt worden. Während dieser Zeit entstanden auch die Fernverkehrsstraßen in alle Himmelsrichtungen wie die Sockhamwiedstraße. Ab den 1960er und 1970er Jahren wurden so viele Häuser gebaut und Stadtautobahnen ausgebaut wie nie zuvor. Mit dem Wirtschaftsboom der 1980er Jahre setzte eine weitere neue Entwicklung ein, die zur Errichtung einer großen Zahl von Hochhäusern führte und das Stadtbild nachhaltig veränderte. Die Zahl der Bewohner stieg zugleich rasant und machte Bangkok schließlich zu einer der größten Metropolen der Welt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben in Bangkok über 6 Millionen Menschen, in der Metropolregion sogar über 10 Millionen. Wirtschaftlich erholt sich die Stadt zu sehens vom Zusammenbruch am Ende des Booms der 1990er Jahre. Was nicht zuletzt auch in neuen Bauvorhaben seinen Ausdruck findet, eines der größten städtischen Probleme stellt der Straßenverkehr dar. Auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes mit Bangkok-Metro und Bangkok-Skytrain konnte die Situation bislang nur minimal entspannen. Unruhen 2010 Nach mehreren politischen Krisen im Land seit 2008 war Bangkok Schauplatz von Unruhen, die international für Aufsehen sorgten. Flutkatastrophe 2011 Ende Oktober 2011 überschwemmte die größte Flutkatastrophe seit 50 Jahren mehrere Bezirke Bangkoks. Viele Bezirke mussten evakuiert werden, Unruhen 2013 Bevölkerung. Den Daten der Volkszählung von 2000 zufolge waren 99% der Einwohner von Bangkok thailändische Staatsbürger. 94,5% waren Buddhisten, 4,1% Muslime und 1% Christen. 37,3% sind nicht in Bangkok geboren, sondern aus einer anderen Provinz zugezogen. Einwohnerentwicklung Bangkok ist ein Beispiel für ein dynamisches, jedoch nicht geplantes städtisches Wachstum. 1947 überschritt die Einwohnerzahl erstmals die Millionengrenze. 1960 lebten in Bangkok bereits 2,1 Millionen Menschen. Zwischen 1970 und 2000 hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt. 2010 lebten in der Hauptstadt nach Angaben des Nationalen Statistikamtes 8,2 Millionen Menschen. Das entspricht einem Wachstum zwischen 2000 und 2010 von 3,0%. Die Bevölkerungsdichte betrug 5.270 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Stadt ist weitaus größer als alle anderen Städte Thailands. Sie hatte 2009 bereits 18 Mal so viele Einwohner wie die nächstgrößere Stadt Samutprakhan. Die Bangkok-Metropolitan-Region sogar 64 Mal so viel wie das nächstgrößere Ballungsgebiet Udon Thani. Da die Hauptstadt um ein Vielfaches größer ist als alle anderen Großstädte Thailands und hier wichtigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen gefällt werden, ist Bangkok eine Primatstadt. Sie ist sogar weltweit einer der am extremsten ausgeprägten Fälle einer Primatstadt. Zeitweise hatte sie 40 Mal so viele Einwohner wie die zweitgrößte Stadt des Landes. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt war 2006 10 Mal höher als in der ärmsten Provinz des Landes. Während die Hauptstadtregion sich wirtschaftlich entwickelte, profitierten weite Teile des Landes nicht oder hatten gar einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes zu verzeichnen. Durch diese Vorrangstellung hatte die Stadt in den letzten Jahrzehnten einen immensen Wanderungszuwachs. In der Metropolregion wurden bei der Volkszählung 2000 etwa 10,2 Millionen Menschen gezählt. Bei der Zählung im Jahr 2010 waren es bereits 14,6 Millionen. Das entspricht einem Wachstum zwischen 2000 und 2010 von 4,3 Prozent. Die Bevölkerungsdichte betrug 1.877 Einwohner pro Quadratkilometer. Zur BMR gehören die Stadt Bangkok und die sie umgebenden Provinzen Nakhon, Pirtem, Non-Taburi, Pirtam-Tani, Samut-Prakhan und Samut-Sakon. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1910 handelt es sich um Schätzungen von 1919 bis 2010 um Volkszählungsergebnisse des Nationalen Statistikamtes Thailand. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne den Vorortgürtel. Entwicklung der Wohnsituation Ein großes Problem für die Metropole Bangkok ist es, die vielen in den letzten Jahren zugezogenen Menschen, vor allem Landflüchtlinge, ausreichend zu versorgen. Für zahlreiche Menschen mussten Wohnungen gebaut werden. Die zunehmende Nachfrage nach Bauland steigerte die Wohnungs- und Grundstückspreise erheblich. Deshalb werden viele Siedlungen für die weniger Verdienenden am Stadtrand errichtet. Die öffentlichen Einrichtungen sind unzureichend. Müll und Abwasser werden nicht mehr ausreichend entsorgt, der Grundwasserspiegel sinkt durch den gestiegenen Verbrauch immer schneller. Vor allem die Menschen in den Siedlungen sind durch Infektionserkrankungen wie Cholera, Diarrhoe und Typhus gefährdet, die durch unzureichende hygienische Bedingungen verbreitet werden. Hinzu kommen Atemwegs- und Hauterkrankungen aufgrund der giftigen Emissionen der zahlreichen Industriebetriebe und des Autoverkehrs. Ein weiteres Problem in Bangkok ist der zunehmende Verkehr. Das Straßennetz ist komplett überlastet. Außerdem verfügt Bangkok mit einem relativ kleinen U-Bahn- und Hochbahnnetz nur über wenige Massentransportmittel. Hat aber eines der größten Busnetze weltweit. Durch die zahlreichen Autos kommt es in der Stadt zu sehr großer Luftverschmutzung. Politik Stadtregierung Das heutige Bangkok entstand 1972 aus der Zusammenlegung der alten Provinz Bangkok und der Provinz Thonberi. Die, die westlich des Kao Freya gelegenen Stadtteile des heutigen Bangkok umfasstet. Bangkok ist ein besonderes Verwaltungsgebiet. Anders als die 76 Provinzen Thailands hat sie einen direkt gewählten Gouverneur. Gouverneurswahlen finden im Regelfall aller vier Jahre statt. Der Gouverneur steht der hauptstädtischen Lokalverwaltung vor. Diese ist eigenverantwortlich für den öffentlichen Nahverkehr, Straßen-, Stadtplanung, Wohnungsbau, Abfallwirtschaft, Umweltschutz und öffentliche Ordnung zuständig. Seit 2009 ist M. R. Sokrum Panparebatra von der Demokratischen Partei der Gouverneur von Bangkok. Er wurde im März 2013 mit 46,2% gegenüber Ponce-Pot-Pancharön von der Voltaipartei mit 39,7% wiedergewählt. Die Stadtverwaltung wird von einem Stadtrat kontrolliert. Nach der Kommunalwahl von 2010 gehören ihm 61 Mitglieder an, davon 46 Abgeordnete der Demokraten, 14 der Voltaipartei und ein Unabhängiger. Die Stadtverwaltung ist nur für die eigentliche Stadt Bangkok und nicht für die über die Stadtgrenzen hinausgewachsene Agglomeration Groß-Bangkok oder gar die noch größere Metropolregion Bangkok zuständig. Städtepartnerschaften Seit dem 19. Februar 1962 Washington D. C. USA seit dem 26. Mai 1993 Peking, Volksrepublik China Seit dem 19. Juni 1997 Moskau, Russland Seit dem 23. November 2005 K. J. J. V. China Seit dem 16. Juni 2006 Seoul, Südkorea Seit dem 4. Januar 2013 Phnom Penh, Kambodscha Neben Städtepartnerschaften unterhält Bangkok noch zahlreiche Städtefreundschaften und Städtekontakte. Seit dem 16. Juni 2020 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 Seit dem 16. Juni 2020